Ich komme damit zum letzten Teil. Empirische Untersuchungen zum Problem der Willensfreiheit. Selbst wenn die Überlegungen zutreffen, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, kann man sich immer noch fragen, naja, haben Menschen tatsächlich die Fähigkeit, frei zu handeln? Selbst wenn Freiheit auch unter Bedingungen der Determination bestehen kann, dann heißt es ja noch lange nicht, dass wir selbst die erforderlichen Fähigkeiten haben, selbstbestimmt zu handeln. Und es hat in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Untersuchungen gegeben, die genau dies in Frage stellen. Am bekanntesten sind Untersuchungen, die in den 80er Jahren von dem amerikanischen Neurophysiologen Benjamin Libet gemacht wurden. Libet hat seine Versuchspersonen gebeten, eine ganz einfache Handbewegung zu vollführen. Und was ihn interessierte war, was kommt eigentlich zuerst? Kommt der bewusste Willensakt zuerst? Oder gibt es auf der Ebene des Gehirns bereits Prozesse, die die Handlung festlegen, noch bevor eine Person sich entschieden hat, dieses oder irgendetwas anderes zu machen? Libet bat seine Versuchspersonen, wie gesagt, um eine ganz einfache Handbewegung. Zur gleichen Zeit hat er eine bestimmte neuronale Aktivität abgeleitet oder gemessen, nämlich das sogenannte Bereitschaftspotenzial, von dem man bereits wusste, dass es willentlichen Handlungen vorausgeht. Und er hat seine Versuchspersonen gebeten, sich genau zu merken, zu welchem Zeitpunkt sie sich entschieden hatten, die fragliche Handbewegung auszuführen. Und was ihn interessierte ist, was kommt eigentlich zuerst? Der Anstieg dieses Bereitschaftspotenzials, das die Handlung festzulegen scheint, oder die bewusste Entscheidung, die Handlung auszuführen. Und Libets Erwartung war eigentlich, dass zuerst dieser Willensakt und danach die Vorbereitung oder Einleitung der Handlung auf der Ebene des Gehirns, der neuronalen Aktivitäten kommen würde. Seine Untersuchungen brachten aber genau das gegenteilige Ergebnis. Der bewusste Willensakt kommt 350 Millisekunden, also eine Drittel Sekunde, das ist schon eine beträchtliche Zeit, nachdem das Gehirn scheinbar bereits die Handlung eingeleitet hat und dann noch etwa 200 Millisekunden nach dem Willensakt wird die Entscheidung dann ausgeführt. Diese Untersuchungen sind ganz häufig so interpretiert worden, als wäre der Willensakt nur ein wirkungsloses Nachspiel zu einer Entscheidung, die auf der Ebene des Gehirns und damit unbewusst längst gefallen ist. Wenn das tatsächlich zutreffen würde, dann wären wir tatsächlich nicht imstande, selbstbestimmt zu handeln. Jedenfalls dann nicht, wenn man voraussetzt, dass man mit seinem bewussten Denken, mit seinen bewussten Wünschen und seinen bewussten Willensakten doch Einfluss auf freie Entscheidung nehmen muss. Und ich glaube, das ist eine Voraussetzung, die man im Großen und Ganzen, da gibt es sicherlich einige Modifikationen, gerade in Bezug auf das Bewusstsein, aber ich glaube nicht, dass man sie vollends aufgeben kann. Wenn man Libets Untersuchungen also so interpretieren könnte, wie sie häufig interpretiert worden sind, dann würden sie gegen die Existenz von Freiheit sprechen, und zwar auch dann, wenn Freiheit und Determination miteinander vereinbar sind. Und ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Einwänden, die zeigen, dass man diese Untersuchungen so nicht interpretieren kann. Der erste wichtige Punkt ist, es wird behauptet, in den Experimenten von Libet gäbe es eine Entscheidung, die durch die Aktivitäten auf der neuronalen Ebene festgelegt oder determiniert würde. Das ist aber in der Form allein deswegen nicht so, weil es in diesem Experiment keine wirkliche Entscheidung gegeben hat. Was die Versuchspersonen tun würden, nämlich ihre Hand zu bewegen, das ist durch die Instruktion und damit durch den Versuchsleiter von vornherein festgelegt. Es kommt hinzu, dass die Versuchspersonen diese Handbewegung nicht nur einmal vollführt haben, sondern 40 Mal hintereinander vollführt werden müssen. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen an einem Experiment teil und der Versuchsleiter sagt Ihnen, Sie müssen jetzt 40 Mal hintereinander Ihre Hand bewegen, dann werden Sie entweder sagen, gut, ich mache mit, ich mache das eben 40 Mal hintereinander, oder Sie sagen, nee, das ist mir zu langweilig oder dauert mir zu lange, ich mache es nicht. Danach führen Sie nur noch aus, wofür Sie sich einmal entschieden haben. Und Ihr Gehirn weiß dann auch, dass es diese Handlung steuern muss. Das heißt, die einzige Entscheidung, die dort fällt, ist eine Entscheidung, die außerhalb des oder vor dem Beginn der eigentlichen Messungen stattfindet. Und es ist nicht schwer zu erklären, dass das Bereitschaftspotenzial sich bereits aufbaut, bevor Sie die einzelne Bewegung auslösen. Denn Ihr Gehirn weiß ja bereits, dass diese Bewegungen immer und immer wieder kommen. Es gibt einen zweiten Einwand, wenn es bereits festlegt, was Sie machen werden, und es nur noch darum geht, die Handlung auszulösen, von der Sie längst wissen, dass sie immer wieder wiederholt werden muss. Und wenn man dann feststellt, dass das Bereitschaftspotenzial dem immer vorausgeht, dann ist natürlich gar nicht klar, was das Bereitschaftspotenzial festlegt, wenn von vornherein nicht untersucht wird, ob Sie nicht vielleicht noch die andere Hand hätten bewegen können. Und das ist natürlich für die Frage nach der Freiheit oder nach der Möglichkeit von alternativen Entscheidungen von ganz entscheidender Bedeutung. Wir haben das in Magdeburg in einem Experiment untersucht und es hat sich herausgestellt, ja, nach dem Auftreten des Bereitschaftspotenzials können die Versuchspersonen noch die andere Hand bewegen. Das heißt, Sie haben noch einen beträchtlichen Freiheitsspielraum. Auch das spricht gegen die Annahme, aus den Libet-Experimenten ließe sich eine Widerlegung von Freiheit ableiten. Und es gibt noch einen dritten wesentlichen Punkt. Für die Interpretation dieser Experimente kommt es ja wesentlich auf die zeitliche Abfolge, die Abfolge zwischen dem Aufbau des Bereitschaftspotenzials und dem nach Libet nachher auftretenden bewussten Willensakt an. Das bedeutet natürlich, dass man sehr genau bestimmen können muss, wann dieser bewusste Willensakt auftritt. Nun ist nach einer ganzen Reihe von psychologischen Experimenten, die schon vor längerer Zeit stattgefunden haben, bereits klar, dass Menschen sich gerade dann, wenn sie unterschiedliche Informationen integrieren müssen, sehr häufig zeitlich ganz gravierend verschätzen. Das heißt, sie neigen dazu, die Informationen, denen sie ihre Aufmerksamkeit schenken, als früher zu betrachten, als die Informationen, denen sie ihre Aufmerksamkeit nicht schenken. Mit anderen Worten, es ist, wenn es jetzt darauf ankommt, das Auftreten eines bewussten Willensaktes zu messen, indem man zum Beispiel auf eine Uhr guckt, kommt es eben darauf an, worauf achte ich jetzt? Achte ich auf den Willensakt, dann würde ich den ein bisschen zu früh einschätzen, oder achte ich auf die Uhr, dann würde ich den Willensakt zu spät einschätzen. Das heißt, man sollte erwarten, dass es da sehr große Unterschiede gibt bei der Einschätzung, wann der Willensakt nun aufgetreten ist. Und wenn man sich die Experimente anschaut, die zu diesem Thema gemacht worden sind, also vor allem Nachfolgeexperimente zu den Untersuchungen von Libet, dann stellt man fest, dass es tatsächlich so ist. Das heißt, man sieht, die Versuchspersonen haben ganz unterschiedliche Angaben darüber, wann sie den Willensakt vollzogen haben. Zum Beispiel in einem Experiment von Haggard und Eimer gibt es Versuchspersonen, die nicht so wie bei Libet den Willensakt 200 Millisekunden vor der Handlung einschätzen, sondern 1000 Millisekunden, also eine ganze Sekunde vorher, und damit lange bevor das Bereitschaftspotenzial einsetzt. Wenn man das Bereitschaftspotenzial als Ursache des Willensaktes betrachten wollte, dann hätte man einen Fall, in dem die Wirkung vor der Ursache kommt. Und das wäre eine ganz merkwürdige Geschichte. In anderen Experimenten hat es viele Versuchspersonen gegeben, die einen Zeitpunkt angegeben haben, der nach der Ausführung der Handlung lag. Zum Teil waren das 40% der Versuchspersonen. Das heißt, diese Versuchspersonen haben sich grandios verschätzt, was den genauen Zeitpunkt ihres Willensaktes betraf. Und das bedeutet wiederum, dass diese Angaben extrem unzuverlässig sind und dass man extrem vorsichtig sein muss, daraus irgendwelche grundsätzlichen Schlüsse zu ziehen. Also alle diese Überlegungen sprechen dagegen, aus diesen Libet-Experimenten sehr weitreichende Schlüsse zu ziehen. Nun ist es allerdings auch aus anderen Gründen angezweifelt worden, dass menschliche Intentionen, also Entschlüsse einer Handlung zu vollziehen, wirksam sind. Die Libet-Experimente scheinen dafür zu sprechen. Ich habe bereits versucht zu zeigen, dass das nicht der Fall ist, dass die Libet-Experimente nicht so interpretiert werden können. Aber es hat auch eine ganze Reihe von anderen Überlegungen und Experimenten gegeben, die man eventuell so interpretieren könnte. In jedem Fall scheint einiges dafür zu sprechen, dass die Auskünfte und die Überzeugungen, die wir nachher geben, wenn wir sagen, ich habe eine Handlung ausgelöst oder ich habe eine Handlung initiiert, dass die viel zu tun haben mit nachträglicher Interpretation. Das heißt, wir haben so etwas wie einen mehr oder minder automatisch ablaufenden nachträglichen Interpretationsmechanismus, der uns sagt, ob wir oder der uns das Gefühl gibt, wir haben eben die Handlung ausgeführt oder wir haben die Handlung nicht ausgeführt. Einige Autoren, unter anderem Daniel Wagner, haben daraus den Schluss gezogen, dass unsere Intentionen, unsere bewussten Wünsche und Überzeugungen nicht wirksam seien. Ich glaube, dass diese Annahme, und das würde natürlich wiederum bedeuten, dass wir nicht imstande sind, selbstbestimmt zu handeln, denn unsere selbstbestimmten Entscheidungen und Entschlüsse wären in dem Fall ja gar nicht das, was darüber entscheidet, ob ich eine Handlung so oder anders ausführe, sondern es wäre im Grunde genommen wiederum nur so ein nachträgliches Kino. Ich glaube, dass auch dieser Schluss ungerechtfertigt ist und ich möchte dafür sprechen, eine ganze Reihe von Experimenten, die in den letzten Jahren vollzogen worden sind, unter anderem Experimente, die Patrick Haggard, ein englischer Psychologe und Neurobiologe, ausgeführt hat, die dafür sprechen, dass wir tatsächlich unterscheiden können, ob unsere Intentionen, unsere Wünsche wirksam sind oder ob sie das nicht sind. Und dass es nicht einfach nur ein nachträglicher Interpretationsprozess ist, der einfach nur von dem Ergebnis ausgeht und nicht eben von der Wirksamkeit, die faktische Wirksamkeit eines Wunsches oder einer Entscheidung berücksichtigt. Bei Haggard war es so, dass er seinen Versuchspersonen die Aufgabe gegeben hat, auf einen Knopf zu drücken und dann zu sagen, wie lang es dauert, bis ein nachträgliches Geräusch entsteht. Faktisch waren es 250 Millisekunden. In dem Falle, wo die Versuchspersonen einfach nur auf den Knopf drücken und nachher das Geräusch entstand, waren die im Stamm, die das relativ genau bestimmt. Also sie konnten ziemlich genau sagen, dass es diese 250 Millisekunden waren. Dann gab es eine zweite Bedingung, unter der den Versuchspersonen gesagt wurde, du löst mit dem Knopfdruck dieses Geräusch aus. Es ist also eine bewusste, eine intentionale Handlung. Deine Intention, das Geräusch hervorzubringen, ist die Ursache dieses Geräusches. Unter den Bedingungen unterschätzten die Versuchspersonen den Abstand zwischen dem Knopfdruck, also zwischen der Handlung und damit auch dem Auftreten der Intention und dem Handlungseffekt. War ihre Intention nicht wirksam, haben sie diesen Abstand überschätzt. Helgert hat diese Bedingungen auf folgende Art und Weise erzielt. Er hat wiederum seinen Versuchspersonen gesagt, drückt den Knopf und daraufhin erscheint das Geräusch. Aber er hat den Versuchspersonen gleichzeitig einen Magnetimpuls verabreicht in den motorischen Arealen des Gehirns über ein sogenanntes TMS-Gerät, transkraniale Magnetstimulation. Das ist ein Magnetimpuls, der zu neuronalen Aktivitäten führt, die in dem Falle bestimmte Bewegungen auslösten. Es war also so, dass die Bewegungen, die die Versuchspersonen faktisch gemacht haben, nicht die Wirkung ihrer Intentionen war, sondern die Wirkung dieses Magnetimpuls. Und in dem Falle haben sie den Abstand überschätzt. Und das bedeutet, die Versuchspersonen konnten sehr wohl unterscheiden, ob sie eine bestimmte Bewegung willentlich hervorgebracht haben oder ob sie die Bewegung nicht willentlich hervorgebracht haben. Und das spricht dagegen, dass Intentionen unwirksam sind und dass unsere Überzeugung von der Wirksamkeit von Intentionen einfach nur eine nachträgliche Konstruktion ist. Dafür, also für die Wirksamkeit von Intentionen, spricht schließlich ein letztes Experiment, das ich Ihnen vorstellen möchte, das von John Dylan Haynes und seiner Gruppe durchgeführt worden ist. In dem Falle ging es darum, dass die Versuchspersonen die Aufgabe hatten, sich zwischen zwei Optionen, und zwar einer Additions- und einer Subtraktionsaufgabe, zu entscheiden. Sie sollten dann etwas später diese Rechenaufgabe ausführen. Und was man während dieser Zeit, also während des Nachdenkens, während der Ausführung dieser Aufgabe, lagen Sie in einem Scanner, mit dem man sehr genau untersuchen konnte, was in Ihrem Gehirn vor sich ging. Konkret ging es also so, die Versuchspersonen sollten sich zunächst entweder für die Addition oder die Subtraktion entscheiden. Nach einer gewissen Zeit präsentierte man Ihnen zwei Zahlen, und Sie sollten dann mit diesen beiden Zahlen die Rechenoperation, also Addition oder Subtraktion, ausführen. Und nach einiger Zeit präsentierte man Ihnen dann wiederum vier Zahlen, von denen eine das richtige Ergebnis für die Subtraktion war, und die andere das richtige Ergebnis für die Addition. Sie sollten dann einfach nur zeigen, welches Ergebnis sie erzielt hatten. Und die beiden anderen Ergebnisse waren einfach nur, wie soll man sagen, Distraktoren, mit denen man herausfinden wollte, ob die Versuchspersonen vielleicht überhaupt nicht oder einfach nur falsch gerechnet hatten. Das Entscheidende an diesem Experiment war nun, dass man aufgrund von Gehirndaten, Daten über das Gehirn, die mit einem besonders, wie soll man sagen, besonders sensiblen und differenzierungsfähigen Verfahren ausgewertet wurden, dass man aufgrund dieser Daten vorhersagen konnte, wozu sich die Personen entschieden hatten. Das heißt, man hat zwischen dem Zeitpunkt, wo man den Versuchspersonen gesagt hatte, entscheide dich entweder für die Addition und der Subtraktion, und der faktischen Ausführung dieser Rechnung, die die Versuchspersonen ja erst dann machen konnten, wenn sie die Zahlen bekamen. Man konnte zwischen dieser Zeit bereits vorhersagen, würden die addieren oder würden die subtrahieren. Und zwar aufgrund von Daten über das Gehirn. Und das ist deswegen von Interesse, weil die Versuchspersonen zu dem Zeitpunkt ja bereits eine bewusste Intention herausgebildet hatten. Diese bewusste Intention hat offensichtlich oder wurde offensichtlich repräsentiert durch Aktivitäten im Gehirn. Und diese Aktivitäten im Gehirn waren offensichtlich verantwortlich für das, was die Versuchspersonen nachher taten. Sonst hätte man das aufgrund dieser Daten nicht voraussagen können. Und das spricht natürlich dafür, dass diese Intention, entweder zu addieren oder zu subtrahieren, wirksam war. Das heißt, das spricht ebenfalls wieder dafür, dass unsere Intentionen, so wie es der eben vorgestellte Freiheitsbegriff auch verlangt, unsere Intentionen wirksam sind, dass sie einen Einfluss darauf haben, ob wir das eine oder das andere tun. Auch hier also wiederum die neurobiologischen Experimente informieren uns darüber, wie in diesem Falle freie Handlungen vollzogen werden, welche Mechanismen ihnen zugrunde liegen und natürlich auch in anderen Experimenten, welche Störungen dabei auftreten können. Das heißt, sie liefern uns ein besseres, ein differenzierteres Bild und machen uns verständlich, wie wir in diesem Falle frei handeln können, aber sie widerlegen das nicht. Und das wäre auch eine etwas merkwürdige Geschichte. Die Fähigkeit, frei zu handeln, ist etwas, was wir im Alltag immer und immer und immer wieder beweisen. Wir können uns verantwortlich entscheiden normalerweise. Es gibt natürlich Menschen, die nicht dazu imstande sind, die unter bestimmten Bedingungen nicht dazu imstande sind oder die diese Fähigkeit, wie zum Beispiel kleine Kinder, noch nicht herausgebildet haben. Auch das können wir sehr gut voneinander unterscheiden. Es wäre aber ganz merkwürdig, wenn alle Erwachsenen, sobald man sie ins Labor bringen würde, sich plötzlich nur noch so verhalten würden wie kleine Kinder. Wir würden dann nicht, wenn das tatsächlich so wäre, würden wir nicht den Unterschied zwischen Erwachsenen und kleinen Kindern aufgeben, sondern wir würden uns fragen, was ist in dem Labor daneben gegangen. Und auch das spricht also dagegen. Unsere extrem gut dokumentierte und immer wieder bestätigte Erfahrung mit uns selber spricht sehr dagegen, dass mit unserem Menschenbild etwas fundamental nicht stimmen sollte. Kommen wir zu einer Zusammenfassung. Ich habe versucht zu zeigen, dass innerhalb der Geschichte der Wissenschaften unser Menschenbild extrem stabil geblieben ist. Es ist also nicht so, dass man die Wissenschaftsgeschichte, zumindest die Wissenschaftsgeschichte bis weit ins 19. Jahrhundert, als einen Prozess von Kränkungen auffassen kann. Ganz im Gegenteil, die fundamentalen Aspekte unseres Menschenbildes, die Vorstellung, dass wir verantwortliche, freie und selbstbewusste Lebewesen sind, diese Vorstellung hat sich innerhalb dieser ganz langen Zeit im Prinzip überhaupt nicht verändert. Das heißt natürlich nicht, dass es solche Veränderungen heute nicht geben könnte. Die wesentlichen Diskussionspunkte sind zum einen das Problem des Selbstbewusstseins oder des Ich. Ist das Ich eine Illusion oder ist es das nicht? Und das Problem der Willensfreiheit. Ich habe versucht zu zeigen, dass auch in diesen beiden Bereichen kein Grund für die Befürchtung besteht, dass unser Menschenbild und damit unsere Vorstellung, dass wir frei und selbstbewusst sind, dass unser Menschenbild fundamental falsch ist. Voraussetzung dafür ist allerdings, was das Ich betrifft, dass wir uns von dieser merkwürdigen, metaphysischen Vorstellung eines Ich im Inneren unseres Gehirns oder eines Ich im Inneren unseres kognitiven Systems lösen. Das ist eine verfehlte Vorstellung, die man gar nicht widerlegen muss oder die nach der zu suchen auf der wissenschaftlichen Ebene überhaupt keinen Sinn hat. Was sinnvoll ist, ist die Vorstellung, dass wir so etwas wie Selbstbewusstsein haben. Dass man mit dem Ich einfach eine Person meint, die man auch mit dem Namen, so wie man genau die Person, die man eben mit einem entsprechenden Namen bezeichnen kann, die Person hat Selbstbewusstsein und dieses Selbstbewusstsein kann man untersuchen. Das besteht nämlich letztlich aus der Fähigkeit zwischen dem, was einen selbst betrifft, zum Beispiel den eigenen Gedanken oder Wahrnehmungen und den Gedanken und Wahrnehmungen anderer zu unterscheiden. Und das ist etwas, dessen Entstehung, die Entstehung dieses Selbstbewusstseins, die können wir mit psychologischen und auch neurobiologischen Verfahren untersuchen. Die Wissenschaft verhilft uns also, dazu genauer zu verstehen, wie so etwas wie Selbstbewusstsein entsteht. Sie widerlegt es nicht. Ähnliches gilt für die Willensfreiheit. Die entscheidende Voraussetzung ist dazu, dass man einsieht, dass Willensfreiheit nichts mit der Aufhebung von Determination zu tun hat. Die Aufhebung von Determination führt zu mehr Zufall und verringert unsere Kontrolle über unser Handeln. Wenn man das verstanden hat, dann kann man eben untersuchen, dann sieht man, dass Freiheit so etwas ist wie Selbstbestimmung und das Ausmaß und das Entstehen dieser Selbstbestimmung. Das kann man wiederum in Experimenten, in psychologischen und in neurobiologischen Experimenten untersuchen. Und diese Untersuchungen und auch eine Reihe von sehr bekannten Untersuchungen widersprechen nicht unserer Fähigkeit, frei und verantwortlich zu handeln, sondern sie bestätigen das. Ich habe vor allen Dingen versucht, das am Beispiel von Intentionen zu zeigen. Die neurobiologischen Untersuchungen, die uns da vorliegen, bestätigen die Wirksamkeit von Intentionen, von menschlichen Wünschen und Überzeugungen und Handlungsentschlüssen und widerlegen sie nicht. All dies spricht also dafür, dass es keinen grundsätzlichen Widerspruch von Wissenschaft, von Hirnforschung und Menschenbild gibt, sondern dass die Wissenschaft zu einem genaueren, zu einem differenzierteren und zu einem verständlicheren Bild von uns selber führen. Und dass sie uns auch dazu befähigen, entsprechende Abweichungen, aber auch entsprechende Störungen der für unser Menschenbild zentralen Fähigkeiten besser zu verstehen und auch etwas gegen diese Störungen unternehmen zu können. Diese größeren Fähigkeiten, diese besseren Einsichten, die wir haben, sind natürlich mit einem größeren Maß von Verantwortung verbunden. Das heißt, wir müssen uns genauer darüber informieren und wir müssen uns auch genauer überlegen, was wir machen, was wir untersuchen und was wir vielleicht nicht machen und was wir vielleicht auch nicht untersuchen. Aber ich glaube, das ist etwas, das ist ein Problem, mit dem wir immer zu tun haben, wenn sich die menschlichen Fähigkeiten und die menschlichen Einsichten erweitern. Alles das spricht also in jedem Falle dafür, wie gesagt, dass es keinen Widerspruch zwischen Wissenschaft und Menschenbild gibt, dass die Zukunft der Hirnforschung uns nicht bedroht, sondern uns zusätzliche Möglichkeiten bietet, jedenfalls dann, wenn wir verantwortlich damit umgehen. wenn wir das gehört, damit umgeht. Vielen Dank.